Wie sieht ein Techtelmächtel eigentlich in einer Rakete aus? Das sehen wir uns jetzt genauer an. Zuerst machen wir mit STRG und scharfem S die Rakete so klein wie möglich und jetzt schauen wir uns mal an, was da passiert. Okay, es passiert gar nichts. Sie kommen nicht mehr in die Rakete hinein. Das war ein Fail.